Herzlich willkommen zu einem neuen Astro-Video und vielleicht spürst du es ja auch, vielleicht nimmst du es wahr, dass alles ein bisschen gebremster, alles gedrückter, alles ein bisschen frustrierter und alles ein bisschen zäher läuft. Wir sind ja noch in einer Rückläufigkeit der ganzen Schicksalsplaneten, könnte man so sagen, und auch der Merkur rückläufig. Es sind einfach die Energien alle sehr gebremst. Das heißt, es geht wenig nach vorne, sondern die Energie fließt eher nach innen. Das ist eine gute Zeit, jetzt noch nach innen zu gehen, dich zu sammeln, Pläne zu machen. Aber wie dir der Videotitel schon sagt, es geht dann richtig, richtig los. Ab so nächste Woche, also 21. September, geht wirklich die Post ab und da haben wir astrologisch ein paar ganz tolle Konstellationen. Eigentlich ein paar der schönsten Konstellationen, die man sich vorstellen kann. Und da ist der Glücksbringer Jupiter ganz stark damit beteiligt. Zusammengefasst kann ich dir gleich mal sagen, im negativsten Fall könnte man sagen, Übermut tut selten gut und nur nicht übertreiben, wenn vieles auf einmal losgeht und in Bewegung geht. Also immer schauen, was passt denn eigentlich zu dir. Das ist auf jeden Fall mal so die Message von dieser Zeit. Das wäre so die Schattenenergie. Ich fange gleich mal mit dem Schatten an und dann gibt es nämlich wirklich nur Positives. Also bitte übertreib es einfach nicht. Auch wenn jetzt viel losgeht und du merkst, okay, es geht was auf und neue Türen tun sich auf. Nicht übertreiben. Das wäre eigentlich so der Tipp. Also da könnte man ein bisschen maßlos sein. Maßlos. Wo gibt es Maßlosigkeit? Bei der Ernährung gibt es Maßlosigkeit. Ja, zu viel zu essen. Das ist Übertreibung. Zu viele Termine zu machen. Hans Dampf in allen Gassen zu sein. Also da ein bisschen aufpassen, sich reduzieren, nicht jedes Highlight mitnehmen, nicht übertrieben, keine Ahnung, mal zu feiern oder so. Feiern ist gut, aber nicht zu übertreiben. Das wäre eigentlich schon der Schatten. Und jetzt kommen wir wirklich zu den riesigen Chancen, die sich da bieten. Jupiter hat eine große, große Rolle in diesem Horoskop vom 21. September. Und ich habe schon gesagt, wir haben ein anderthalb Quadrat zwischen Jupiter und der Sonne. Und die Sonne steht ja noch in der Jungfrau drinnen. Das ist eben so diese Übertreibungskonstellation, die ich gemeint habe. Aber der Jupiter macht zum Merkur. Merkur auch in der Jungfrau zur Zeit und der Jupiter im Stier. Das heißt, wir haben da zwei R-Zeichen. Und das bedeutet, Jupiter, Merkur, Trigon sind gute Projekte, sind gute Pläne, die man auch konkret umsetzen kann. Die beiden stehen in R-Zeichen. Also Merkur steht im R-Zeichen Jungfrau und der Jupiter im Stier. Das heißt, da kann man gut finanzielle Pläne, Geschäftspläne super gut umsetzen. Da können sich neue Türen öffnen, geschäftlich neue Türen öffnen. Oder Projekte, die schon lange, lange in der Pipeline gewesen sind, können da auf einmal einen Schub nach vorne kriegen und auf einmal in die Manifestation reingehen. Also das sind wirklich ganz, ganz tolle, ist eine ganz, ganz tolle Konstellation, eine Glückskonstellation. Einfach, ja, um eben wirklich jetzt wieder in Gang zu kommen. Wir haben ein Quadrat Jupiter zur Venus. Die Venus will ja jetzt gerade, das habe ich auch schon besprochen, die Venus will ja gerade so mit ihm im Löwen so die Lebenslust genießen. Ja, die will vielleicht einen Flirt, etwas Erotisches, die möchte ein bisschen Action haben, die möchte einfach genießen können. Und da ist eben noch so das Quadrat zu Jupiter, wo ich ja schon gesagt habe, im Neumondhoroskop. Naja, vielleicht da finanziell ein bisschen aufpassen. Also das ist so ein Spannungsaspekt noch drinnen. Aber dennoch, wie gesagt, andere Pläne gehen dir gut auf. Und das Jupiter-Quadrat Venus, das würde ich auch noch in Kontext setzen mit dem Sextil Venus-Mars. Venus-Mars wäre männlich, weiblich. Wir haben da eine Flirt-Energie. Wir haben da eine gewisse, ja, einfach eine gewisse Offenheit auch in Beziehungen, in Partnerschaften. Und da auch wieder Neues gut prüfen. Also wenn gerade ein Flirt ist, prüft das neu, lass dich nicht zu schnell auf was ein sein, nicht zu euphorisch gleich mal wieder vorwärts sprengend und vorwärtspreschend. Also da können große Gefühle zuerst einmal abflachen oder schneller abflachen als gedacht. Und da einfach auch noch einmal aufmerksam sein und einfach, ja, ein bisschen bei dir bleiben und nicht gleich alles, ja, zur großen Liebe erklären. Der Saturn im Fische macht ein anderthalb Quadrat auch zum Mars hin. Und das ist schon so der Mars in der Waage. Also das kann schon so ein bisschen auch zu sozialer Frustration führen, also ein bisschen Ärger führen. Ein bisschen Ärger auch womöglich mit Verträgen, die gut geprüft gehören. Oder wo man sich vielleicht an Regeln halten soll, wenn man in dieser überschwänglichen Zeit nach vorne preschen soll. Also mach dir diese Einschränkungen bewusst. Lass dich da auch nicht zu sehr frustrieren, sondern schau, wo sind Grenzen, Regeln notwendig? Wo gehören die eingehalten? Und wo kann man sie vielleicht auch neu denken, neu erfinden? Wo ist es also sinnvoll und wo kämpfe ich eigentlich, ja, nicht gegen Windmühlen ist vielleicht das falsche Wort. Wo laufe ich mit dem Kopf gegen die Wand, weil es halt so ist? Ja, und wenn etwas so ist, was willst du tun? Also wenn die Regeln bestehen und die sinnvoll sind auch und sie nicht verändert werden können, dann hat da Frust eigentlich keinen Sinn, keinen Platz. Und was wir jetzt auch noch dabei haben mit dieser ganzen Energie, mit dieser ganzen Planung, da kann es auch sein, dass dir das ein bisschen vom Emotionalen her einfach Stress bereitet. Also der Mond ist ja ein bisschen zwar etwas euphorisch geladen mit dem Schützenzeichen Schütze, wo er steht, aber das kann auch ein bisschen so die Nervosität sein und die wird dann auch noch einmal ein bisschen gefördert vom Trigon Uranus Sonne. Also das ist einfach so eine Energie, die sehr schnell die Emotionen noch einmal wechselt, beziehungsweise wo man ein bisschen wankelmütig auch ist. Mit dem Trigon ist es eigentlich so auch, dass ich auch sage, ich habe eigentlich eine gute Energie, das heißt, mein Tank wird eigentlich im Positiven auch befeuert, kann aber eben auch zu, was mache ich jetzt als erstes führen, also noch einmal zu dieser Unentschlossenheit, also da noch einmal klar sein, die astrologischen Vorzeichen sind eben toll für neue Projekte. Also was soll man sagen, also recht viel schöner wird es nicht. Du hast auch noch ein Trigon von Pluto zur Sonne und das bedeutet auch noch einmal Durchhaltevermögen, Durchhaltevermögen, Kraft und Power. Also da kann wahnsinnig was umgesetzt werden, wirklich so geschäftlich, betrieblich irrsinnig, was in Bewegung kommen, also super, super Vorzeichen, da was zu ändern, was anzugehen. Wobei dann eben mit der Opposition, Sonne, Opposition, Neptun, das würde für mich noch heißen, einfach vergiss aufgrund dieser ganzen Vorwärtsbewegung, die du jetzt erleben wirst, das ist wirklich wie wenn du in einen neuen Gang schaltest, wie wenn du von der Bremse vom Auto runter trittst. Also das hat dich jetzt die letzte Zeit sehr begleitet und da löst sich ganz viele Energiepläne, wusch, gehen, kommen ins Fließen, also wirklich wie wenn du in einem Wasserhahn auftrittst und die Energie schießt richtig aus dir raus und das bedeutet für mich dann diese Opposition zu Neptun, Sonne, Neptun, vergiss ob dieser ganzen Energie, die nach außen geht, wo sich nach außen viel, viel tut, wo du vielleicht auch in Kultur, Konzerten, Veranstaltungen, Geschäftsmöglichkeiten irgendwo verwickelt bist, in Partys womöglich irgendwo bist, vergiss dein Inneres nicht. Also Neptun ist die Ermahnung, vergiss dein Zentrum nicht, vergiss dein Innerstes nicht, vergiss dein Wesen nicht, vergiss das Wesentliche nicht, das letzten Endes in dir liegt, aber sonst haben wir, wie gesagt, ganz, ganz großartige Konstellationen und das ist wirklich mal, es freut mich, ein positives Video sagen zu können und sprechen zu können ohne Achtung, Achtung. Wie gesagt, nicht übertreiben und dann viel, viel Freude mit dieser energetischen Zeit, so ab dem 21. September und ich kann dir nur noch mal sagen, die Frustration ist vorbei, also wie gesagt, eine Spitzenenergie. Und wenn du diese Energie nutzen möchtest für dich, dann schau einfach mal auf meine Homepage. Neben astrologischer Beratungen biete ich jetzt auch einen Kurs, die Kraft der Vergebung an, also wo es wirklich darum geht, im Familiensystem sich selbst zu vergeben, anderen zu vergeben. Der findet Mitte Oktober statt, vielleicht ist der ja was für dich, also live in Linz. Mitte Oktober die Kraft der Vergebung und ich freue mich natürlich, wenn wir uns da sehen und sonst wie immer freue ich mich über einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, teile das Video, wenn du jemanden kennst und bis nächstes Mal aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Jarenny, tschüss, bis bald.